Das betroffenen Zuversicht für den Zweitliga-Herbstmeister auf ein baldiges Wiedersehen. Natürlich eine Liga weiter oben. Man sieht sich nächstes Jahr wieder. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass Schalke absteigt. Also von daher hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, wenn wir uns nicht wieder sehen. Prost also für die enttäuschenden Zitat-Fans. Die wird schon wieder. Was ist das Ergebnis? Das wird direkt durch die Liga stehen. Und das Meer. Ich dachte, da war das eigentlich nie. Ich habe die Liga. Das wird wohl das Meer. Nur mal nicht hören. Und stell die Verantwortung entwischen. Das ist mein Kreis. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020